Re 3 nach Hof Hauptbahnhof. Nächster Halt Hof Hauptbahnhof. Sie haben folgenden Anschluss, der Re nach Bamberg 20.36 von Gleis 8a und den Re nach Nürnberg 20.40 von Gleis 8b. Gleis 8 finden Sie direkt gegenüber von uns. Achten Sie bitte auf die Zugbeschilderung. Die Mitteldeutscher gegenüber verabschiedet sich von Ihnen. Wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und angenehme Weiterfahrt. Auf Wiedersehen. Nächster Halt Hof Hauptbahnhof. Next Stop Hof Main Station. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg links. Hof Hauptbahnhof. Ausstieg links. Re 3 über Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Plauen Vogtland Oberer Bahnhof. Nächster Halt Plauen Vogtland Oberer Bahnhof. Next Stop Plauen Vogtland Upper Station. Ausstieg links. Ausstieg links. Re 3 über Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Reichenbach Vogtland Oberer Bahnhof. Nächster Halt Reichenbach Vogtland Oberer Bahnhof. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg rechts. Reichenbach Vogtland Oberer Bahnhof. Ausstieg rechts. Re 3 über Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 über Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Nächster Halt Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Next Stop Zwickau Sachsen Main Station. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg rechts. Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Ausstieg rechts. Re 3 über Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 über Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt. Nächster Halt Glauchau Sachsen. 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 Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg rechts. Re 3 über Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 über Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt. Nächster Halt Hohenstein-Ernsttal. Nächster Halt Hohenstein-Ernsttal. Ausstieg links. Hohenstein-Ernsttal. Ausstieg links. Re 3 über Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 über Chemnitz Hauptbahnhof nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Chemnitz Hauptbahnhof. Nächster Halt Chemnitz Hauptbahnhof. Next Stop Chemnitz Main Station. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg links. In Chemnitz haben Sie Anschluss zur Regionalbahn nach Grönitz. Die planmäßige Abfahrt seit 6.09 vom Gleis 7. Bitte achten Sie in Chemnitz auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aus oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Chemnitz Hauptbahnhof. Ausstieg rechts. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Flöha. Nächster Halt Flöha. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg links. Flöha. Ausstieg links. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Freiberg Sachsen. Nächster Halt Freiberg Sachsen. Next Stop Freiberg Sachsen. Ausstieg rechts. Freiberg Sachsen. Ausstieg rechts. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Tarant. Nächster Halt Tarant. Ausstieg links. Tarant. Ausstieg links. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Re 3 nach Dresden Hauptbahnhof. Nächster Halt Dresden Hauptbahnhof. In der Fahrgäste in Kürze erreichen wir Dresden Hauptbahnhof. Dieser Zugende dort in Dresden haben Sie Anschluss. Zum Intercity nach Köln die planmäßige Abfahrt seit 7.13 Uhr vom Gleis 3. Zum Regionalexpress nach Leipzig die planmäßige Abfahrt seit 7.17 Uhr vom Gleis 14. So wie zum Trilex nach Ebersbach die planmäßige Abfahrt seit 7.35 Uhr vom Gleis 11. Bitte achten Sie in Dresden auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Verte Fahrgäste wir verabschieden uns nun von Ihnen und würden uns freuen Sie bald wieder in einem unserer Züge begrüßen zu dürfen. Nächster Halt Dresden Hauptbahnhof. Next Stop Dresden Main Station. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Sie haben Anschluss an die Züge des Regional- und Fernverkehrs. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied und den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ausstieg rechts. Dresden Hauptbahnhof. Ausstieg rechts.